Joa, servus, herzlich willkommen zurück, du bayerischer Pazi. Da draußen vom PC, Handy, Laptop und TV, wir spielen Folge 27 von Anna's Quest. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. In der letzten Folge haben wir es geschafft, ein Formular zu bekommen, das uns in die Freiheit entlässt. Ein bisschen schmutzig, aber es hilft. Danach haben wir das erste Rätsel vom Teufel gelöst. Ich hätte das schon in Folge 25 tun können, aber gut, das wusste ich jetzt nicht. Jetzt muss ich das zweite Rätsel lösen. Wie gut kenne ich den Teufel oder so ähnlich. Schauen wir mal, ich gehe jetzt nochmal die Optionen durch. Was ich da habe. Da klappt jetzt, glaube ich, nichts mehr. Schauen wir mal, ob sich irgendwas ändert. Oh, hallo da, young one. Ich sollte wahrscheinlich... Oh, dear. So ein Mist. Nur warte auf einen neuen Spieler. Oh, ich werde dann überraschend gehen, dann. Überraschend gehen. Er sieht ziemlich involviert. Ich will nicht, dass ich ihn für ihn nicht beschränken möchte. Vielleicht muss ich den Gefangenen irgendwie befreien. Vielleicht erklärt er mir noch ein bisschen, was ich glaube nicht, dass die Bären mit mir reden wollen. Es ist okay. Ich will dich alle mit, so... Ich hole euch da raus. Meine Freunde, ich hole euch da raus. Wie die Törtel-Jungs auch. Die holen auch jeden raus. Machen Schredder immer wieder kaputt und traurig. Er weint. Ich gehe nochmal in meine Zelle. Vielleicht kann ich ja hierüber etwas erwirken. Vielleicht kann ich ihm das zeigen und sagen, hey... Er wird nur noch mit seinem Garten in trouble mit seinem Garten wieder. Ich hätte es besser nicht. Irgendwie muss ich anscheinend den loswerden, wenn dann denn... Ach, das ist doch so. Zum Mäuse melken oder Eichhörnchen melken. Die Armen. Vielleicht zeige ich ihm die fristlose Kündigung, wenn ich betrifft es ihn. Nochmal. Es wäre schon sehr gut, wenn das jetzt klappen würde. Aber gut. Bäuerchen. Ne Fackel. Was mache ich denn jetzt noch mal? Hi. Back again. Yes. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Hast du einen Gefangenen gesehen, der wie ein Bär aussieht? Oh. Das bringt mir leider gar nichts mehr. Der Riddler ist jetzt in seinem Garten. Ich denke, ich werde ihn nicht wieder sehen. Ich hätte besser schauen, die anderen Kliniken irgendwo anders. Ich denke, ich würde ihn sehr gerne ablenken. Nein. 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 Geht das noch mal? Ja. Irgendwie ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch mal machen muss, aber ich glaube jetzt nicht, oder? Ach Mist, es geht doch noch. Okay, das war ja ganz einfach gewesen. Aber, ja, wozu? Kriege ich das noch mal? Kann ich das so oft machen, wie ich will? Wie hat es auch anschaut? Wie so, hä? Ich bin schon wieder umfangen. So eine Schelze. Drei aus drei. Ha. Bingo. Bingo ist richtig. Aber was bringt mir das? Ja, ich habe keinen Honigtopf. Vom Hattem, wo hat er jetzt seinen Honig. Sie sind eigentlich jetzt wieder glücklich. habe ich die spiel kaputt gemacht wie gut soll ich den teufel kennt das blöde ist ich habe keine möglichkeit ja irgendwelche gesprächsoptionen zu hinterfragen okay die musik gefällt mir sehr gut ich mag die ziehe immer noch er sagt nichts mehr treu sagt nichts mehr in dem flur sagt man auch keiner was warum redet mit mir der eine herr nicht mehr was mache ich jetzt mit dem was ich jetzt hier habe und ich kann anscheinend ja auch nicht weitergehen da hinten kann höchstens irgendwas abfackeln also das da weil ich hab nicht viel übrigens hier ist auch noch ich will nicht messen mit diesem für mich selbst ich sollte es zu Leuten die wissen was sie machen ich will nicht die selbe unterschrift seien glaube macht sie gar nichts ich weiß gar nicht was ich mit diesen sachen machen ach das ist irgendwie blöd ich habe auch nichts sachen wo ich jetzt sagen könnte ich hätte was warmes für ihn weil er erscheint ja auch zu frieren warum kann ich nicht mehr mit ihm reden ich weiß dass ich ihn loswerden muss wahrscheinlich wie werde ich ihn los ja das blöde ist dass er es sollte es lesen soll einfach fristlos gekündigt werden wir brauchen keinen troll entschuldigung ich bin wieder rausgetippt ist mit zwei bildschirmen geht das ganz schnell da ist die maus schnell drüber es passiert ist anscheinend doch öfters ich weiß nicht ich krieg auch sonst nichts anderes raus es ist ein bisschen hoch diese Fenster sind schmerz ich kümmere mich immer um deine rätsel oder du kannst es nur wiederholen es gibt nicht mehr optionen ich muss nur irgendwas herausfinden aber ich glaube schon dass ich mit dem noch mal reden muss warum nicht das ist ja eine idee ich habe jetzt nur das da ach komm ich bin plötzlich das mal drüber wohin ich will nichts da dran und du kannst alles aufs Feuer stellen die woher ja ich will nichts da dran ja ich will das schon nicht ich will nichts tun und es wird nichts tun ich will nichts tun ich will nichts tun ich will nichts tun und es kann nichts tun er könnte doch sagen wow du hast es geschafft dass du das formular hast jetzt verharte ich dir mal was dann verstehe ich es jetzt nicht was fehlt mir denn dann doch noch das ist übrigens sehr geschärft jetzt gerade wie gut sollte man den teufel kennen so ähnlich ist das rätsel verstehe ich gar nicht red nochmal mit ihm excuse me sir any chance i could visit the person inside the cell none so not even to say hello quick no scram yikes ich weiß es echt nicht gehirn schmalzeln ja letztes mal haben wir ja doch was rausgefunden gehabt aber jetzt bin ich jetzt wieder ratlos hab nichts ich glaube ich habe das ja auch erwirkt so way another reading the trolls in this letter leases job because at me rennen kann ich da kann ich das verbrennen wenigstens anscheinend nicht also von einem troll ist ja hier die rede aber ich hätte immer gesagt dass es vielleicht doch der sein hätte sein können dann hätte ich das formula geben können er war glücklich kannst zerreißen und lasst mich halt da mit ihm reden das wäre eine möglichkeit weil mit den leuten habe ich ja jetzt geredet ach scheiße was kann ich noch tun muss man echt denken wie gesagt dieses spiel hat ja hohe werte an denken ach das ist echt gemein was mache ich ich habe nicht so viel zeug ist hier nur müll warum ist das trennpapier und sie kann es halt nicht angucken renat schläft die bären hätte ich jetzt mal abgefrühstückt zu den toren der villa glaube ich nicht dass ich da weiter kommen kann man auch nicht in dem raum glaube ich ich bin auch nichts mehr da Es ist zum Mäuse-Melken. Warte mal. Also woher sollte ich es aber trotzdem wissen? Vielleicht sollte ich das mal da reinstecken? Weil das hat ja der Teufel bekommen. Er muss es ja nur noch unterzeichnen. Oh, das habt ihr ich. Das konnte er ja nicht machen. Nein. Er kann das ja nicht machen. Das ist auch gut so. Was verstehe ich da nicht? Können Sie es wieder... Nun, seitdem Sie einen schon schon erfunden haben, sind Sie besser den Teufel, den Sie wissen, wie sie sagen. Dann erzähl mir, Anna. Was wissen Sie von Teufel? Hmm... So tricky. Du tricked mich into das. Es macht keinen Sinn. Hmm... Could you... Walsh if bad? Could you... Walsh if bad? Hmm... Could you... Walsh if bad? Hmm... Oh... Hmm... Sie geht auf jeden Fall nicht hin. Uh... Vandalizing the Devils... I want to get... He sure wanted it to be known that this was... Wir haben dieses Rätsel gelöst. Ich war so überglücklich, ja? Und dann frustren Sie mich jetzt wieder runter. Können Sie sehr gut. Gut, das werde ich jetzt nicht fressen lassen. Das tut man nicht. Aber das vielleicht... Äh... I'm getting... Mit der Ziege rede ich ja nur. Das ist klar. A bunch of Toilettrücke goods. They don't even put... The troll working in here probably can't even read. Maybe I should try... That'd be unnecessarily messy. Das wäre un... Zuviel des Guten, sagt sie. Hier ist auch nichts. Ich kann so das Schuld. Ja... Das brauchen wir nicht. Spinnend. Mensch Mixer, das haben wir ja alles. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass wir das loswerden müssen. Wir brauchen noch irgendetwas. Wir könnten vielleicht noch irgendetwas brauchen. Beziehungsweise ein Gesprächsdialog eröffnen. Ja, er hat es jetzt immer noch das zu knullte. Komisch eigentlich. Was man so nochmal machen kann, finde ich. Aber sonst kann man ja hier nichts mehr machen. Wir können das zwar ja auch nochmal machen. Das ist das einzige, was gespottet wird, auch hier. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Es gibt auch keine große Gesprächsoption. Nein, ich könnte... Das riddlete ist in der iPad. Gibt es auch nicht mehr. Es gibt einfach nicht mehr Möglichkeiten. Verwaltungstroll einfach. Ja, da bin ich besonders ratlos in dieser Folge. Schade drum. Weil hier wird sehr viel gespottet. Und ich komme also nicht weiter. Was muss ich tun? Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen schlau machen müssen. Und dann bin ich mal gespannt, was die Rätsellösung ist. Also, wir wissen es ja. Aber es ist so, was muss ich jetzt erfragen, tun, um weiterzukommen? Ich bin immer noch daraus aus, dass er verschwinden muss. Aber wie? Weil sie will ihm nicht wehtun. Es wird ja leider nicht gespottet, zum Beispiel, ähm... Sein Stein oder sonst irgendwas. Also, ich kann auch nicht... Ich glaube, dass sie ran muss, einfach an ihn. Es muss nur, dass er örtet wird. Das Problem ist... Ich sollte dich versuchen... Moment, das handelt, wenn es klappen wird. Äh, das scheint ein bisschen danger. Äh, das ist... Ich denke nicht, dass meine Kraft mir hier helfen wird. Zudem will sie gar nichts mehr machen. Ich kann nicht nur Wasser in meine Hände verbringen. Es fällt mirな, aber es ist... Ichbroken mich nicht mehr... Ich trage davon. Ich trage davon, dass ich sie nicht lange Benehmen ist. Ich sehe, wenn es mir verbringen的话 ist... Es wird aber außer い aç.